Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Donnerstag, der 30. November 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 258 und ich habe euch heute die folgenden Themen mit dabei. Hamburger 8.1, Motorola Werbespot, Teamviewer 13, Remote Desktop von Microsoft, 600 Millionen, Root Milliarden Projekt und zum Schluss noch Snapchat. Chat. Begonnen bei Google, denn die lustigen Vögel haben es endlich geschafft, mit der Version 8.1 ihres Android-Betriebssystems einen Burger richtig rumzubraten. Also gebraten wird ja der Käse nicht, aber zumindest ist der Käse zum richtigen Ort. Alles Käse oder nicht? Nee, halt einfach detailverliebt und es passt. Somit besten Dank an Google. Es gab ihn diesen Werbespot, den gibt es immer wieder von Seitens und Samsung, mit kleinen Seitenhieben. Diesmal ein bisschen grösseren Seitenhieb mit dem iPhone X haben sie richtig gross aufgeholt, indem sie einfach über die letzten Jahre gezeigt haben, was da so passiert ist und wie schlussendlich ein Mac-Fanboy oder ein iPhone-Fanboy sich für ein Samsung-Device entschieden hat. Motorola hat sich da jetzt eingeklinkt und einen weiteren oder einen eigenen Werbespot dazu eingereicht. Ganz witzig, wer ihn noch nicht gesehen hat, ich möchte euch nicht allzu viel wegnehmen. Falls ihr es noch nicht getan habt, daily.geektalk.ch, da in der aktuellen Folge 258, findet ihr den Link zu dem Video. Mir gefällt es, also somit, ja, ein bisschen Spass kann man das Ganze doch nehmen. Jetzt dürfte Apple wieder an der Reihe sein, um darauf zu antworten, würde ich doch sagen. Die Teamviewer-Geschichte wurde vor drei Wochen, circa, vorgestellt, drei, vier Wochen, Teamviewer 13 und das Ganze ist jetzt da in einer Beta. Und zwar, ihr könnt damit viele Dinge, die ihr bis jetzt auch schon gekonnt habt, einfach viel einfacher und intuitiver handhaben. Was eine ganz große Neuigkeit ist, es gibt endlich einen nativen Linux-Client. Also somit können auch alle Söhne und Töchtern, die auf der Linux unterwegs sind, ihren Eltern auf dem Mac oder Windows helfen. Und ja, mal schauen, was da noch alles so nachkommt. Habt ihr Teamviewer schon ausprobiert? Wenn ja, lasst es mich doch wissen. Wenn wir gerade beim Fremdsteuern sind oder Fernsteuern sind, Microsoft Remote Desktop für den Mac. Die Software wurde umfangreichend auch überarbeitet und ist jetzt neu zum Download bereit. Auch darin sind diverse Neuigkeiten mit drin und auch Verbesserungen, wie man zum Beispiel, also man kann unter anderem den Ton weitergeben vom Mac auf dem Windows und man kann endlich auch die ganzen Tastaturkürzeln, die man vom Mac gewohnt ist, am Mac nutzen, um drüben bei Windows was auszulösen, ohne dass man umstellen muss und Ctrl-C etc. zu drücken und so weiter. Ein spannendes oder ein gutes Update, wie ich finde. Dann gibt es Neuigkeiten von Seiten Microsoft. Das Wachstum von Windows 10 hat deutlich abgenommen, aber dennoch ist es da und man hat einen neuen Meilenstein erreicht. Denn es gibt jetzt 600 Millionen Geräte, die darauf bauen und somit schon wieder einige mehr. Mir gefällt ja dieses Windows 10. Mal schauen, was da als nächstes kommt und wenn der nächste Meilenstein dann geknackt wird. Wenn wir gerade beim Knacken sind, es gab es ja die hässliche Sicherheitslücke auf Mac OS, wo man sich ziemlich unschön als Root einloggen konnte, sofern der Nutzer dieses Geräts nicht vorher schon ein Root-Passwort festgelegt hat, was ja eigentlich sinnvoll ist, was man eigentlich theoretisch tun könnte, wenn man so einen neuen Rechner einrichtet. Aber sei es, wie es sei, Apple hat sehr, sehr schnell reagiert und ein Update rausgehauen. Heisst, ihr könnt euren Mac OS Betriebensrechner, mobil oder auch Desktop updaten und zwar ohne Neustart. Das ist ziemlich wichtig, denke ich doch für den einen oder anderen. Also sprich sehr schnell gemacht, ohne dass ihr das tun müsst. Somit macht das, egal was ihr am Machen seid, kurz alles sichern und dann das Update durchführen. Denn es gibt lustige Hunks auf dieser Welt. Wir gehen aber zurück nochmals zu Microsoft. Nachdem Apple sein Raumschiff und all das drumherum mittelwein abgeschlossen hat und am zweiten Campus in dem Sinn oder dritten ist es, glaube ich, den weiteren Ausbau am Machen ist, geht jetzt auch Microsoft einen Schritt weiter und sie möchten ihre Zentrale in Redmond komplett erneuern. Es soll zusätzlich Platz geben für weitere Mitarbeiter und wie viele sind es? Ich glaube 18, genau 18 verschiedene Gebäude werden da auf dem Campus gebaut. Einiges an Grünfläche, Bäume, kennt man ja auch bei Apple. Die haben auch einiges mit Bäumen und so weiter gemacht. Ja, schaut nicht schlecht aus, wenn man das Video dazu anschaut. Möchte man mal besuchen gehen. Aber ja, dazu braucht es noch das eine oder andere Jährchen. Denn zuerst muss das natürlich mal durchbewilligt werden und dann natürlich auch noch gebaut werden. Mal schauen, wenn es dann soweit ist. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und dann zu guter Letzt. Wir hatten es in einer der letzten Newsfolge vom Geek Talk, dem Mutterformat. Und sicherlich auch schon mal hier in den Dailies. Snapchat will ja sein Workflow oder besser gesagt seine App erneuern, so damit auch das ältere Publikum einfacher damit zurechtkommt. Und ja, das waren nicht nur Gerüchte, da ist man ganz stark dran. Es gibt jetzt ein circa minutenlanges Video von Ivan Spiegel, also dem Chef oder dem CEO von Snap, bei dem erklärt wird, was die App nun neu kann. Ganz toll finde ich, dass man die Freundesgeschichten und die Businessgeschichten teilt, also die bezahlten Geschichten teilen will. Und ich bin sehr gespannt. Ab kommenden Freitag soll das Ganze langsam ausgerollt werden. Wenn es euch erreicht hat, lasst es uns wissen. Ich bin sehr gespannt und vor allem bin ich gespannt, was morgen der Achim uns in den News darüber erzählt. Ihr werdet das dann in den nächsten Tagen dann auch im Podcatcher eurer Wahl zu hören bekommen im Geek Talk Mutterformat. In diesem Sinne, das waren es die News für den heutigen Donnerstag. Morgen bin ich nochmals für euch da am Freitag und dann geht es dann schon ins verdiente Wochenende für euch und uns und alle und sowieso. In diesem Sinne, euch einen erfolgreichen Tag. Macht weiter so und ja, wir hören uns wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.